Wir werden jetzt nämlich vor diesem Anwalt heiraten. Was? Aber... Mr. Korana, beginnen Sie mit den Formalitäten. Natürlich, Shoria. Aber... Nein, nein. Ich ertrage das nicht. Ich lasse das nicht zu. Das ist einfach nur falsch, meine Mähhek. Denkst du denn gar nicht an Mähhek? Das wird sie verletzen. Shoria, das kannst du doch nicht tun. Shoria! Wenn, dann mach das zu Hause, aber doch nicht hier. Ihm sind unsere Gefühle scheinbar völlig egal. Shoria, schämst du dich eigentlich nicht? Geh nach Hause, da kannst du tun und lassen, was du willst. Geh! Ich will dich heiraten und mit dir neu anfangen, bevor die etwas tun können, um das zu verhindern. Shoria, was machst du denn? So heiratet man doch nicht. Oh. Also bist du auf ihrer Seite. Früher hast du mir doch immer bei allem zugestimmt. Ja, Shoria. Ja, Shoria. Bei allem. Was ist denn los, ha? Willst du meine Entscheidungen infrage stellen, ha? Sag es. Sag schon. Los, sind es deine Schwiegereltern? Was ist denn los mit dir, Liebes? Was ist denn passiert? Oh, gar nichts. Oh nein, das halte ich nicht aus. Mähheks Seele wird nicht ruhen, wenn sie sieht, dass du eine andere Frau in ihrem Haus heiratest. Oh Gott! Ich kann es nicht mit ansehen. Ich schicke Ihnen die Heiratsurkunde in den nächsten zwei Tagen zu. Komm jetzt. Lass uns in unser Haus gehen. Genial. Das ist ein schrecklicher Plan. Das werde ich nicht tun. Shoria, benimm dich nicht wie der kleine Niv. Hör auf, mich rumzukommandieren. Ist dir eigentlich klar, worum du mich da bittest? Ich werde das nicht tun. Ich weiß ganz genau, worum ich dich da bitte. Okay? Du musst mir vertrauen. Das ist der beste Plan. Bitte, Shoria. Bitte spiel mit. Bitte. Ich habe schon Nein gesagt. Es war so schwer, nicht bei dir zu sein. Und Archie war diejenige, die uns getrennt hat. Wir müssen sie fertig machen, Shoria. Wir müssen zusammenarbeiten. Als Team. Bitte. Du musst zu mir halten, Shoria. Ja, okay. Ich tue es für dich. Aber du weißt, dass es mir nicht gefällt. Oh Gott, was soll das? Ich dachte, wir haben eine große Hochzeitszeremonie. Wir haben alles für die Hochzeit vorbereitet. Und was macht ihr? Ihr habt schon geheiratet? Dolly, hört zu. Wir haben offiziell geheiratet. Archie kommt das erste Mal als meine Frau zur Familie. Willst du nicht ihr Graver Pravisch vorbereiten? Ich weiß, dass es Mom nicht gut geht. Sie muss sich ausruhen. Also kann sie das Ritual nicht vollziehen. Bitte übernimm du das. Bitte. Klar, Shoria. Warum nicht? Ich bin immerhin Karunas Schwester. Ich werde alles vorbereiten. Komm. 10 9 8 7 Das ist ein Stromausfall Oh mein Gott Die Fußabdrücke sind schwarz und zeigen nach draußen Wie kann das sein? Das passiert, wenn eine Hexe in das Alter tritt Oder wenn ein böser Geist vor Ort ist Oh mein Gott, das ist ein böses Omen Jetzt red kein Unsinn Heutzutage glaubt keiner mehr an Hexen und Geister Dolly, willst du etwa sagen, dass Archie eine Hexe ist? Das ist Unsinn Archie ist meine Frau und keine Hexe Macht mit den Ritualen weiter Archie, es ist soweit Du hast uns genug Probleme gemacht Jetzt lassen Shoria und ich dich dafür bezahlen Du wolltest Shoria heiraten, oder? Aber jetzt wirst du Keinen Tag und kein Ritual Je wieder vergessen Was machst du denn hier? Noch ein bisschen Du hast so wenig gegessen Hier nimm Und hier haben wir auch noch Chart Dein Leibgericht Hier Kanter, wo ist Niv? Keine Sorge Niv schläft drinnen Julie ruht sich auch aus Sie haben ziemlich viel durchgemacht Es wird dauern, bis sie sich erholt haben Meheg, Liebes, du musst dir um Niv keine Sorgen machen Wir kümmern uns ab jetzt alle um ihn, ne? Nein, Grandpa Niv ist mein Sohn Ich kümmere mich um ihn Ich denke, da hast du vollkommen recht, Meheg Du bist seine Mutter Und du sollst auch seine Mutter bleiben Übrigens Meheg, Liebes Als du weg warst Hatten wir keinen Appetit Hier, meine Liebe Darf ich dir Noch etwas mehr anbieten? Kommt schon essen? Los, hauen wir alle rein Ja, lasst uns anfangen Hey, wo ist Rami? Warum ist der nicht hier? Hier bin ich, hier bin ich Hey, da ist der ja Setz dich zu uns Oh, wow Es gibt Alutiki-Cha zum Essen Mh, lecker Hey, Jivan Willst du etwa gar nicht mit mir teilen? Das gehört sich nicht Gut Mund auf Ah Bitte schon Genau so gehört sich das Hey, gib mir das bitte Ich mach Tee für alle Sie ist ja schon fertig mit dem Essen Und nichts kann wichtiger sein Als ein Anruf von Shoria Siehst du? Gut, dass du schon fertig mit dem Essen bist Jetzt wird dich niemand stören Sag Shoria, dass Mähhek nicht kann Weil sie beschäftigt ist Das ist Archie Bitte Vergiss das Aber hör mal, Vicky Schwarze Fußabdrücke gelten als böses Omen Solche haben nur Hexen Dolly Ich habe in den Alterteller Falsch herum Aufkleber mit Fußabdrücken gelegt Und weißt du was? Diese Aufkleber sind wasserlöslich Und sie kleben auf der Haut fest Und trocknen innerhalb von Sekunden Also hat Archie Nach außen zeigende Fußabdrücke hinterlassen Archie Deine Schuhe Ravi, danke Du hast das Licht genau im richtigen Moment ausgeschaltet Und die Flüssigkeit, die du mir gegeben hast Hat das Alter schwarz gefärbt Mähhek Du kannst deinem Onkel ein großes Kompliment machen Wirklich Er ist schließlich mein Onkel Hör zu Geh zu Archie und gratulier ihr Sonst schöpft sie noch Verdacht Es ist Zeit für den nächsten Schritt Du weißt schon, den sich Ravi ausgedacht hat Komm schon, Baby Jetzt muss ich deine Dinge so tun Als würde ich Archie lieben Dabei würde ich sie am liebsten An den Haaren packen Und sie ins Gefängnis schleifen Schauria So etwas wirst du nicht tun Du hast es mir versprochen Wir werden uns alle an den Plan halten In Ordnung? Ja, ja, Süße, verstanden Ich werde nichts tun Du nutzt meine Gefühle für dich aus Und das weißt du auch Endlich haben wir uns wieder Und wir sind trotzdem noch getrennt Ich halte das einfach nicht mehr aus, Mähhek Ich hoffe, das hilft ein bisschen Wenn unser Plan erst einmal aufgegangen ist Dann werden wir für immer zusammen sein Okay? Ich lege jetzt auf Ich muss für den Plan den nächsten Schritt vorbereiten Bye, mein Liebling Ich liebe dich Bye Okay, hör zu Ich will keinen Unsinn mehr über Hexen hören, okay? Ich habe jetzt echt genug Archie Lass uns hochgehen Du bist sicher müde Komm Aber Schauria Diese Fußabdrücke Archie, bitte Glaub diesen Unsinn nicht Bitte Komm mit Komm, komm Jetzt Komm mit Danke, Schauria Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte Achie Das ist nicht wichtig Mir ist das egal Ich glaube nicht an solchen Unsinn Ganz ruhig Komm einfach her Komm Setz dich Ruhe dich aus Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist Das ich bestse mimich gemetLine Und wir müssen alle Wir können mich Und wir machen Und wir können sie Weil Sie Und wir können sie Und wir können Ich bin wieder da. Ah! Schau her! Vicky! Security! Ja, hörst du? Es hat funktioniert. Gut. Dann geh jetzt raus und zieh den Aufkleber ab. Und bitte, du musst als verliebter Ehemann überzeugend sein. Okay? Ei, ei, Mann. Baci, was ist los? Baci, was ist passiert? Baci, jetzt hab keine Angst. Sag, was los ist. Da drin. Da drin, auf dem Spiegel. Komm mit rein. Wir schauen nach. Da ist doch nichts. Baci, du bist müde. Du hast halluziniert. Glaub mir. Wie ist das möglich? Ich hab mir das nicht eingebildet. Es stand da wirklich. Da stand. Was stand da? Da stand. Mehek? Ja, Kanta? Hier. Für dich. Danke. Ich habe dich so sehr vermisst. Setz dich. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe Angst. Ich hoffe so sehr, dass dein Plan aufgehen wird. Mehek, ich will dich einfach nicht noch einmal verlieren müssen. Verzeih Archie und vergiss, was passiert ist. Du hast mir beigebracht, zu verzeihen. Und ich habe vielen Menschen verziehen. Und weitergemacht. Aber dieses Mal nicht. Ich kann Archie einfach nicht verzeihen, Kanta. Sie hat mich von meiner Familie getrennt. Dafür kann ich sie nicht ungestraft davon kommen lassen. Ja, aber... Kein Aber, Kanta. Wir haben mit dem Plan schon begonnen. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, weißt du was? Dolly denkt tatsächlich, dass Archie eine Hexe ist. Und nachdem sie das auf dem Spiegel gelesen hat, wird Archie heute kein Auge zumachen. Ja, schon okay. Meine Hoffnung ist nur, dass die Göttin euch beide segnen wird. Und ich bete, dass du bald wieder zu Shoria gehen kannst. So, trink deine Milch. Beruhige dich, Archie. Beruhige dich. Du hast Halluzinationen. Das stimmt alles nicht. Menschen können nicht von den Toten zurückkehren. Wenn ich mich nicht langsam mal zusammenreiße, verliere ich bald alles, wofür ich gekämpft habe. Dann werde ich Shoria verlieren. So, jetzt muss ich ihn mir endgültig schnappen. Ich habe so gekämpft, um ihn zu heiraten. Jetzt ist es endlich Zeit für die Hochzeitsnacht. Das ist unsere Hochzeitsnacht. Er schläft einfach ein? Die Zeiten haben sich wirklich geändert. Männer sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Frauen müssen das Kommando übernehmen. Jetzt muss ich ihn die ganze Nacht schnarchen hören. Ist das Mann da? Hallo? Hallo? Wer ist da? Erkennst du mich etwa nicht? Du hast mir gefehlt. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber du bist meiner Bitte nie nachgekommen. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich bin wieder da und ich werde dich mitnehmen. Halt endlich den Mund. Wer ist da? Komm schon, Liebste. Du kennst mich. Rate doch mal. Ja, ich bin's. Deine erste und einzige große Liebe. Seil. Ich hätte mein Leben für dich gegeben, aber du hast mich umgebracht. Das ist unmöglich. Das muss ein Albtraum sein. Ich bilde mir das alles nur ein. Menschen können nicht von den Toten zurückkehren. Okay. Es war eine gute Idee, zu Sahils Haus zu fahren und die Kassetten von seinen Eltern zu holen. Das ist noch viel besser, als einen Sprecher zu fragen. Das haben wir gut gemacht. Dieser Anruf muss ihr echt Angst gemacht haben. Das war bestimmt gruselig. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal daran, dass Sahil ihr das geschickt hat, als er noch lebte. Meg, da haben wir wirklich Glück gehabt. Wir sollten jetzt langsam reingehen für den nächsten Schritt. Okay. Shoria hat die Hintertür von der Küche offen gelassen. Ja. Lasst uns gehen. Okay, warte ganz kurz. Shoria, Shoria, wach auf. Bitte, wach auf. Shoria. Nur noch fünf Minuten, Maa. Shoria, bitte, hör mir zu. Ich will noch nicht raus. Shoria. Shoria. Shoria, bitte, wach auf. Sono hat mir meinen Ball weggenommen. Das ist seltsam. Menschen kehren nicht von den Toten zurück. Es ist unmöglich. Ich muss mir das alles einbilden. Ich kann dich sehen. Irgendjemand spielt mir einen Streich und versucht mir Angst zu machen. Aber das kann nicht Sahil sein. Das ist unmöglich. Ich will mich. Shoria, bitte wach auf. Shoria. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott, was ist hier los?